Sophia Tumala und Alexander Zverev sind total happy seitdem Sophia Tumala, 32, und ihr Freund Alexander Zverev, 24, ihre Beziehung im Oktober dieses Jahres öffentlich machten, erfreuen sie ihre Follower regelmäßig mit süßen Pärchenputz auf ihren Social Media Kanälen. Jetzt postete der Tennisstar eine Reihe von Bildern vom gemeinsamen Dubai Trip der beiden. Ganz zum Schluss der Bilderstrecke Ein süßes Pärchenfoto Der Instagram-Post des Profisportlers beinhaltet direkt mehrere Bilder und Videos des verliebten Pärchens und seinen Abenteuern. Offenbar ist der Dubai-Urlaub der beiden vollgepackt mit actionreichen Events. Ein Bild der Foto- und Videoreihe fällt den Fans und Followen aber besonders auf der neben den spektakulären Bildern eines Fallschirmsprungs und der Sandboarding-Session der Gruppe ist auch ein Foto zu sehen. Das Sophia und ihren Alexander eng umschlungen und kuschelnd im Sand zeigt. Ich liebe das letzte Foto, und das letzte Bild ist so süß. Ich liebe euch beide zusammen, kommentierten mehrere Follower unter dem Beitrag. Nicht nur der erfolgreiche Tennisspieler teilt sein Glück gerne auf Instagram. Auch seine Liebste füttert ihre Follower regelmäßig mit süßen Pärchenbildern. Sie zeigt dabei auch die verspielte Seite ihrer Beziehung. Vor ein paar Tagen veröffentlichte sie ein Bild von ihrem Schatz auf ihrem Instagram-Account, das ihn nach den ATP-Finals zeigt. Auf dem Bild küsst der Sportler ausnahmsweise mal nicht seine Freundin, sondern seinen Pokal. Sofias Kommentar dazu, ohne Pokal hätte ich ihn auch zu Hause gar nicht reingelassen. Dass diese freche Aussage nur ein Witz ist, beweist sie dann mit dem abschließenden Satz, Ich liebe dich et alex2f123, du bist der Beste, und ein Gewinner. Ich liebe dich, dass diese freche Aussage nur ein Witz ist. Ich liebe dich, dass diese freche Aussage nur ein Witz ist.